so einen wunderschönen guten morgen ich hoffe ihr könnt mich alle gut hören und verstehen wir fangen heute pünktlich an denn wir haben einiges zu besprechen es ist viel los an den märkten gewesen das kann man so sagen und viel los bedeutet in dem fall auch ja einiges zu tun für uns und einiges zu besprechen dementsprechend lasst uns direkt loslegen und zwar starten wir mit einmal einen blick auf den markt ein kurzes marktupdate dazu was passiert ist an den märkten was war die letzten wochen los wir haben gestern relativ große bewegung gehabt in den letzten tage schon große bewegungen vieles hat sich so ein bisschen zum ende des nachmittags wieder eingependelt wir hatten einiges an korrektur mit dem start der amerikaner in den handelstag um 15.30 zumindest korrektur nach oben alles begonnen hat aber an der anderen seite der welt und da wollen wir auch heute noch mal mit so einem kleinen special starten und dementsprechend ein kurzer blick auf das was die märkte aktuell bewegt man sieht so ein bisschen hier schon im hintergrund und ich habe es auch schon die letzten monate eigentlich angesprochen was bewegt die märkte primär wir schauen einmal kurz darauf der erste große punkt ist natürlich wie immer das thema inflation insbesondere das thema inflation in den usa und was wir gesehen haben ist dass die inflation eigentlich zuletzt ganz gut heruntergekommen ist wir haben relativ lange beständigkeit gehabt über die letzten monate das in dem fall ist einmal die kerninflation die abgebildet wurde trotz dessen haben wir es geschafft dass in den letzten jahr wochen bis monaten dann doch dieser zweig hier nach unten entstanden ist wir unter die prognose die jahresend prognose des junis gerutscht sind und dementsprechend uns eigentlich auf einen positiven trend münzen das heißt das thema inflation kriegt man eigentlich mittlerweile ganz gut in den griff in den usa und das ist eigentlich ein ganz positiver effekt gewesen hat aber so ein bisschen den negativen beigeschmack dass man noch nicht ganz sicher war woher kommt denn jetzt die abnehmende inflation das wurde ein bisschen deutlicher als man ja so langsam gemerkt hat dass die konjunktur einfach auch beginnt sich abzumildern und dementsprechend hat man auch gemerkt dass die konjunktur in vielen stellen zumindest im ausblick jetzt deutlich deutlich nachgelassen hat was hat dagegen gesprochen in den letzten wochen habt ihr es gehört wir hatten eigentlich positive pro jahresend prognosen plötzlich für die us wirtschaft eine deutliche steigerung gesehen jetzt in den letzten wochen hat sich aber umgekehrt und ein kernbeispiel was halt auch wieder für eine schlechtere konjunkturelle lage steht ist letztendlich das thema arbeitslosen quoten und arbeitslosen quoten sieht man sehr sehr schön in dem maße dass sie angestiegen sind ja in den letzten berichten ist sondern am letzten freitag und das war für viele auch so der erste auslöser in der richtung dass es jetzt wirklich in richtung inflation geht was bedeutet das im kern ja das heißt so viel wie weniger arbeitsplätze werden geschaffen dann kommen wir wieder in so eine strudel natürlich dass weniger konsumiert wird weil weniger geld im umlauf ist und das am ende beschleunigt damit ja die rezession mehr arbeitslosen anträge werden dann in dem falle der fall und 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 ich muss sagen ist das aber kein neues ereignis sondern es ist eigentlich ein ereignis was wir in den letzten wochen öfter schon gesehen haben und es ist eigentlich auch ein ereignis was so in dieser form ungefähr erwartet wurde sowohl in der richtung inflation als auch richtung konjunktur insbesondere im hinblick dass wir eigentlich wissen wie ungenau die arbeitslosen zahlen waren sie wurden glaube ich in den letzten zehn jahren noch nie genau getroffen sie weichen immer nach oben und nach unten ab und sie sind vor allem immer auch ungenau was das thema revidierung betrifft oder es werden sehr sehr oft revidiert in der richtung dass man ja oftmals monate danach zahlen im nachhinein noch revidiert und anpasst das heißt diese zahlen rund um die arbeitslosenquoten sind eigentlich sowieso nicht sehr aussagekräftig und das weiß man am markt auch jetzt haben wir den dritten punkt ja auch noch dazu gekommen ist und das ist das thema krieg natürlich haben wir schon kriege etwas länger die uns begleiten wir haben immer noch das thema in der ukraine wir haben natürlich auch noch das israel hamas thema und das hat sich jetzt noch ein bisschen weiter ausgeweitet die situation verschärft sich in der hinsicht dass man immer mehr streitkräfte auch aus den usa in der region sieht man sieht viele angriffspositionen viele länder dort es spitzt sich zu in dem gesamten raum werden immer noch thema thematiken mit den hisbollah wir haben thematiken mit hamas wir haben iran irak die natürlich eine dominanz in dem in der in dem gebiet sind und im kern muss man sagen spitzt sich dort die lage insofern zu dass hier gegebenenfalls auch eine etwas größere eskalation droht jetzt sehen wir uns aber die drei kernpunkte eigentlich an und man kann sagen das ist alles nichts derartiges gewesen dass das jetzt dazu geführt hat dass die märkte plötzlich etwas ganz neues an informationen erhalten haben das einzige was man sagen kann ist dass diese informationen gegebenenfalls anders interpretiert werden denn wir sprechen ja schon seit monaten darum dass die märkte eigentlich immer weiter nach oben laufen und wir eigentlich aber ja so ein sammelsurium aus verschiedenen faktoren haben die potenziell dafür stehen dass es vielleicht doch nicht so gut läuft wir haben das thema inflation wann kriegt man sie wirklich nachhaltig in den griff wie werden die zinsen gesenkt immer ein großes thema wir haben die us-konjunktur die sehr resilient war jetzt aber doch stark zu kippen droht und wir haben natürlich ein kriegsthema was sich aktuell so ein bisschen aufbauscht es sind alles ein themen die wir schon kennen aber themen die gegebenenfalls anders interpretiert wurden und den anfang und deswegen drehen wir heute einmal den spieß und fangen nicht mit dem dax an hatten in dem falle die japaner gemacht und japaner haben eigentlich dazu geführt dass insbesondere gestern ist zu einer sehr sehr großen unsicherheit in den markten kam letzte woche haben wir natürlich schon diesen abverkauf gesehen man sieht es auch hier in den tages kerzen ganz gut also es ging schon schrittweise bergab donnerstag freitag insbesondere nach den letzten quartalszahlen nach den neuesten berichten auch nach den arbeitsmarkt zahlen aber man hat es dann insbesondere so interpretiert zu zum wochenende oder zum wochenbeginn dass es einen deutlichen abverkauf gab und dieser deutliche abverkauf kam aus verschiedenen punkten er wurde erstmals über eine auflösen von größeren positionen getriggert das führte aber auch insbesondere bei den größeren hedgefonds am ende zu einem abverkauf weil immer mehr ihre aktien hier abgestoßen haben und das hat dazu geführt dass wir auf den tiefsten stand seit november 2023 gerutscht sind also ein ganzes stück zurück sind jetzt vom hoch dass wir eigentlich kurz zuvor hier noch erlebt haben man sieht es ja gut deswegen habe ich den mark hat diesmal hier gelassen am 16 juli also 14 juli war eigentlich so das hoch wir sehen dann diesen deutlichen abverkauf mit minus 26 prozent sind wir jetzt hoch oder runter von diesem hoch und das zeigt schon dass wir einen deutlichen deutlichen einbruch ja haben also man kann schon von einem crash definitiv sprechen 26 prozent in so wenigen tagen aber auch dieser einzelne absturz war ende der größte absturz seit 1987 und im kern war es hier wirklich die angst vor einer rezession in den usa aber in kombination natürlich mit den anderen faktoren die wir gesehen haben die unsicherheit die es generell gesehen hat und wir sehen es auch dass sich natürlich etwas im umfeld des euro yen ergeben hat und zwar sehen wir das ganz schön in diesem chart bild hier denn der yen hat in dieser zeit und diesmal habe ich mir wirklich den 30 juli in der letzten woche markiert rund zwölf prozent an wert verloren und das in der so kurzen zeit in einer währung natürlich sozusagen jetzt auch ausgelöst durch diesen rutscher des tages ein so großer zugewinn des yen gegenüber des euro ist natürlich schon beeindruckt ich habe gerade gesagt der jen hat verloren das ist inkorrekt der euro hat verloren gegenüber dem jen also jen hat hier deutlich an kaufkraft wieder zugekommen und das von über zehn prozent in so kurzer zeit das löst schon deutliche schwankungen auf jetzt kann man sagen ja das sehen wir ja diese bewegungen im rahmen von indizes doch relativ häufig das ist richtig insbesondere bei kleineren indizes sieht man über zumindest mehrere tage und wochen so einen abverkauf doch schon ich sag jetzt mal häufiger für währungen ist das aber doch relativ signifikant insbesondere für so große währungen weil es dazu führt dass positionen und absicherung von positionen insbesondere an internationalen positionierungen sowohl von ausländischen investoren in japan als auch umgekehrt neu adjustiert werden müssen und das sorgt für eine höhere volatilität am markt und sorgt dann auch noch mal für eine erhöhte unsicherheit was wir sehen können ist halt dass der jen sehr sehr stark an ihren wert wieder gewonnen hat lag auch ein bisschen daran dass die japanische zentralbank in den letzten wochen die leitzinsen erhöht hat und daran sieht man so ein bisschen es kamen einfach viele faktoren zusammen und am ende gab es dann wieder so eine kleine panik am markt die hier wirklich diesen abverkauf getriggert haben in japan und das ganze ist dann am morgen rüber geschwappt nach europa sehen es in diesem falle hier wirklich im dax man sieht sehr sehr schön wie wir ja diese donnerstag freitag kerzen hier auch schon haben mit deutlichen deutlichen rückgängen und ja und dann noch mal dieser weitere rutsch zum ja zum gestrigen tiefstand bei rund 17.000 punkten das war dann ungefähr der tiefste stand seit mitte februar wir sehen es hier ganz schön relativ starke unterstützung oder sehr sehr starke unterstützung die wir hier durch diesen widerstand aufgebaut haben dort ist man dann auch hängen geblieben und abgeprallt man sieht aber auch hier zehn prozent sind wir mittlerweile korrigiert von unserem hoch das wir hier im mai erreicht haben zwischenzeitlich weil der dax im jahres für dieses jahr nur an ein anderthalb prozent im plus wir haben uns jetzt hier so ein bisschen wieder erholt das sieht man auch ganz gut auch heute sind wir leicht in plus allerdings heißt es noch nicht dass die misere kann ich sagen hier vorbei ist sondern es geht halt wirklich darum wie interpretieren die märkte jetzt weiterhin das aktuelle geschehen zumindest stabilisieren sich die märkte hier aktuell und dementsprechend ja haben wir auch hier eigentlich die gleichen auslöser gesehen die wir natürlich aus asien mitgenommen haben was gibt sonst noch zu sagen in der mitte der woche gibt es nämlich einen wichtigen punkt der sonst eventuell auch an vielen stellen untergegangen ist die autobauer haben für ziemlich schlechte stimmung an den märkten gesorgt denn sie haben eigentlich alle unter ihren erwartungen ausblicke gegeben zahlen geliefert insbesondere bei vw liegt schlecht auch mercedes kämpft so ein bisschen mit der problem in ihrem luxus segment was ja eigentlich das neue kernthema von mercedes sein soll relativ gut hält sich aktuell verhältnismäßig noch bmw man darf aber nicht vergessen das großteil der deutschen wirtschaft immer noch an den autobauern hängt und ja die aktuell ein bisschen kränkeln und da für andere sektoren etwas an wert zunehmen gehen wir weiter bleiben nicht allzu lange beim dax und gehen zu der zehnjährigen bundesanleihe und hier wird es sehr sehr spannend denn die hat auch hier deutlich deutlich abgebaut in den letzten tagen wir sehen hier schon länger so eine so eine verfall wir hatten ja immer diesen reggie gezeichnet man sieht hat hier ganz gut diesen ausbruch markiert gehabt und sind gestern dann runtergerutscht auf zwei prozent bei der zehnjährigen bundesanleihe was ein sehr sehr tiefer stand ist und das ist wieder ein stand dem wir uns genähert haben eigentlich anfang des jahres also ja anfang januar sieht man hat mir zuletzt diesen stand und das liegt daran dass wir natürlich jetzt mit einer zunehmenden wahrscheinlichkeit einer rezession wieder gegebenenfalls schneller niedriger zinsen bekommen denn man sagt falls die wirtschaft wirklich noch mehr zu kippen droht in deutschland ist sie schon gekippt aber auch in europa droht sie noch verstärkt zu kippen und in usa haben wir jetzt auch das thema dass die rezession immer wahrscheinlicher wird und an der stelle sagt man ja zum glück haben wir aber noch höhere zinsen und die zentralbank kann gegebenenfalls hat hier wieder geldpolitische impulse setzen um den die konjunktur zu stärken das hat dazu geführt dass man mit einer höherer wahrscheinlichkeit mit tieferen zinsen rechnet und dementsprechend ist der zins hier ziemlich deutlich abgesungen auf zwei prozent auch wenn die ezb aktuell natürlich die zinsen noch relativ stabil hält werden die weitere zinssenkungen insbesondere jetzt im september immer wahrscheinlicher gehen wir rüber zum s&p 500 und auch der hat natürlich dramatisch abgebaut wir sehen hier noch diesen alten ja diesen alten aufwärtstrend kann man sagen wir sind jetzt trotz dessen vom hoch 12,75 prozent runter also verhältnismäßig sind wir tiefer gefallen als beim dax aber von einem höheren stand und dementsprechend sind wir hier auf den tiefsten stand seit anfang mai ungefähr auslöser waren hier natürlich insbesondere auch die quartalszahlen die wir gesehen haben von den großen tech unternehmen also apple microsoft google amazon die waren teilweise etwas besser etwas schlechter im großen und ganzen kann man aber sagen waren es eigentlich gute quartalszahlen überwiegend die erwartungen ist sondern gewinnen übertroffen teilweise gab es ein bisschen probleme bei dem cloud geschäft insbesondere sich microsoft zum beispiel anguckt auch google hat ja etwas enttäuscht amazon hatte dahingegen ein starkes cloud geschäft allerdings hat hat man im gesamt umsatzsegment enttäuscht und auch dieses aktuelle quartal etwas kritisch gesehen und das kommende quartal also wir sehen es gab so ein paar unterschiede im kern waren die quartalszahlen aber nicht schlecht sie waren aber dem markt nicht gut genug und die titel haben danach deutlich alle verloren teilweise wieder relativ schnell korrigiert aber das hat auch dafür gesorgt dass natürlich dieser sicherheitsfaktor der großen technologiekonzerne ja eigentlich ein bisschen weg gepostet wurde und dementsprechend mehr volatilität an den tagen zuvor schon aufgekommen ist die sich dann am ende hier nach gemünzt hat muss man an der stelle sagen das ist natürlich nicht der tiefpunkt den wir hier gestern gesehen haben sondern das war jetzt der tiefpunkt die wir hier im mai hatten also im kern sind wir hier knapp 9 prozent runter wir gehen noch mal weiter denn natürlich haben wir auch einen weiteren faktor für die us wirtschaft gesehen und das war der ism index in diesem fall der ist deutlich gesunken auf einen wert von unter 48 das ist war so ein bisschen der erste knackpunkt für die aufkommende wirtschaftsschwäche eventuell die man in den usa nun vermutet wir sind also von dem hoch 2021 jetzt eigentlich kontinuierlich bergab gegangen es gab jetzt diese leichte erholung jetzt geht es allerdings halt wieder bergab und man hofft eigentlich auf ein besseres wirtschaftliches umfeld kriegt es aktuell vielleicht nicht und dementsprechend auch hier wurde noch mal dieser rezessions gedanke gestärkt durch diese schwachen zahlen des ism index für das verarbeitende gewerbe wir gehen mal runter und den größten faktor der ist eigentlich so ein bisschen unter den tisch gefallen hat man eigentlich am ende in den zehnjährigen us treasuries denn die sind auf den tiefsten stand gefallen seit juni 2023 also wir sehen hier wirklich sind wir unterhalb dieses tiefs dass wir ja zum ende des letzten jahres anfang dieses jahres gesehen haben drunter gefallen wir sind auf rund 3,6 prozent gefallen und der faktor ist eigentlich hier der gleiche den wir gesehen haben wie bei den zehnjährigen staatsanleihen in deutschland nämlich angst vor einer wirtschaftlichen schieflage mehr politisch geldpolitische maßnahmen und lockerung der zentralbanken das ist auch das was paul eigentlich in der letzten woche gesagt hat es wurde an vielerlei stelle so ein bisschen kritisiert er war vielleicht nicht zu deutlich wenn man sich aber genau anhört was er eigentlich gesagt hat klingt das schon sehr danach dass die ersten zinssenkungen im september kommen werden die frage ist jetzt ist die usa damit eventuell zu spät und ist die usa dann schon in einer wirtschaftlichen schieflage oder nicht das ist eher die größere frage und man plant mittlerweile mit zinssenkungen im september november und dezember das heißt es würde noch ordentlich schritte nach unten gehen und diese bewertung sieht man am ende auch den zehnjährigen us treasuries und dementsprechend ist man hier runtergekommen auf 3,6 prozent im tief hat sich jetzt relativ schnell wieder erholt man sieht dann wir haben das jahres oder das endjahres tief dementsprechend wieder eingeholt sind jetzt wieder bei ungefähr 3,58 prozent es ist aber ein ganzes stück wieder um ja zu den letzten wochen wieder aufzuschließen und wir sind aktuell noch weiterhin und deutlich unter vier prozent resilient bei einem kern auch der dow jones von seinem hoch ähnlich wie beim s&p 500 ungefähr jetzt neun prozent im tief auf dem tiefsten stand jetzt seit anfang juni wir waren gerade eben im mai bei beim s&p 500 also wir merken wir haben hier relativ deutliche bewegungen gesehen aber von halt auch sehr hohen ständen insbesondere die defensiven sektoren haben hier eigentlich relativ stabilisierend gewirkt es war wirklich größtenteils der technologie sektor und der chip sektor die ja ganz global in den märkten unter druck waren verstärkt zumindest unter druck waren und sowas auch beim dow jones also wir sehen hier auch noch natürlich den alten aufwärtsrand auch hier sind wir drunter gerutscht der markt hat sich aber relativ stark stabilisiert wenn wir es jetzt nach oben nehmen dann sind wir natürlich dass hier dass der tiefpunkt auch hier aus dem april also sind wir ungefähr sechs prozent in den letzten wochen ungefähr nach unten gefallen oder in den letzten tagen nach unten gefallen jetzt zum nestek hier sehen wir ein ähnliches bild hoch zum letzten tief waren hier in dem fall 18 prozent wenn wir jetzt hier das ganze uns runter rechnen sind wir wahrscheinlich knapp bei 16 prozent die wir die letzten tage hier verloren haben das nestek 100 ist dementsprechend so ein bisschen auf den tiefsten stand auch hier seit mai april gerutscht ende mai anfang april insbesondere chip und text sektoren waren hier wirklich das größte problem wir haben ja eigentlich das gleiche szenario gab was ich gerade eben über big tech gesagt habe wir haben ein bisschen das problem dass das ki thema vielleicht gerade doch nicht so euphorisch auf dem markt wird wie gedacht und das haben halt insbesondere die aktien zu spüren bekommen die sehr stark davon profitiert haben ein beispiel in dem fall auch Nvidia hat in den letzten wochen stark an wert verloren in den letzten tagen dann überproportional wir sind dann wieder auf den stand gerutscht von um die 80 85 us dollar damit muss man sagen ist man immer noch auf bei einer verdoppelung dieses jahr aber es ist natürlich doch eine korrektur und insbesondere auch eine korrektur bei dem gewaltigen marktwert den Nvidia mittlerweile erreicht hat dementsprechend hat es auch den gesamtmarkt hier nach unten gezogen wie sagt vom hoch zum tief sind es jetzt 18 prozent das haben also noch ein bisschen puffer potenziell hier nach unten gehen wir jetzt zum russl 2000 da habe ich mal nicht das tief markiert sondern wirklich den letzten stand denn hier haben wir auch eine deutliche korrektur gesehen jetzt 14 prozent innerhalb der letzten tage wir haben ja eigentlich so ein aufstrebendes momentum des russl 2000 gehabt also in den letzten wochen immer verstärkt wir haben jetzt auch diese 2300 der schwelle erreicht gehabt über die wir die ganze zeit gesprochen haben und hier hätte es gegebenenfalls das potenzial auch in die andere richtung geben können allerdings ja kam dann der markt sog und hat den index auch hier mit nach unten gerissen in den letzten tagen waren es dann minus 14 prozent an der stelle und man muss sagen natürlich diese wirtschaftliche unsicherheit trifft sehr sehr stark auch die kleineren unternehmen die sind deutlich abhängiger davon sind auch abhängiger von der zinsentwicklung und diese abhängigkeiten und unsicherheit treffen am ende natürlich die kleineren unternehmen weil dann auch hier der shift des der investoren eher wieder zu den größeren sicheren titeln geht die wir ja auch in den letzten wochen dann eher als gewinner relativ gesehen haben hanseng ja ähnliches bild jetzt muss man sagen wir haben mit asien angefangen wir hören mit asien in dem fall auf und was wir dazu sagen können ist dass wir im hanseng eigentlich eine relative stabilität gesehen haben wir haben zwar den tiefsten stand seit april hier in dem falle aber da ist dem hanseng sowieso schon in den letzten wochen kann man sagen sehr sehr schlecht ging wurde man gar nicht so stark jetzt gestern vom marktmomentum mitgezogen auch in den letzten tagen nicht mitgezogen man hofft die eigentlich weiterhin auf staatliche impulse wir sind jetzt 16 17 prozent vom hoch wieder entfernt da hat sich so ein bisschen was getan natürlich seit anfang des jahres aber ganz grundsätzlich ja sind wir weiterhin auf tiefen ständen unterwegs und wie ja ich 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 Bis zum nächsten Mal.